Hallo, Nicknames sind natürlich auch ein spannendes Thema, weil Nicknames natürlich per se einem schon mal einiges über eine Person verraten können. Ich habe jetzt hier so ein paar Nicknames mal aufgeschrieben, zum Beispiel hier mag wohl jemand die Figur Spider-Man und hat auch noch möglicherweise eine Jahresangabe dabei. Oder hier ein Vorname und möglicherweise auch eine Datumsangabe. Hier HOAX, also Falschmeldungen, Quatsch, zeigt, dass jemand an diesem Thema wohl Interesse hat. Hier ist der Nickname im Endeffekt ein Hinweis auf den Namen, also Nachname und erster Buchstabe des Vornamens. Das wäre jetzt wieder ein Interesse, vielleicht auch ein Nebenberuf. Hier auch eine Berufsangabe und ein Name. Hier eben ein ausführlicher Vorname und nur ein Teil des Nachnamens. Hier wieder ganz klar Koch, berufliche Interessen. Auch hier Historian, könnte Beruf oder Interesse sein. Wege hält, ganz klar ein Interesse. Jemand, der irgendwas mit Verkehr oder so zu tun hat, beruflich, privat, Hobby. Oder hier Name und eben Interesse, Schrägstrich Beruf. Hier ein Spitzname, das ist der Stefan Niggemeier, wird wohl Niggi genannt. Hier wieder ein Interesse. Das hier fand ich auch sehr schön. Jemand, der kleiner heißt, macht ein kleiner Gag draus. Ein kleiner Witz. Oder auch bei mir zum Beispiel. Bei Chinho sagt ganz klar, dass ich irgendwas mit der BESCH zu tun habe. Inho kennt man vielleicht von brasilianischen Fußballspielern, die das oft nach an ihrem Namen tragen. Chorginho zum Beispiel. Und hier zum Beispiel ein Hinweis auf eine andere Plattform. Es ist nur eine kleine Auswahl, aber es soll halt zeigen, dass so Nicknames natürlich schon per se einfach mal etwas über eine Person verraten können. Über ein Interesse, über den Beruf, über Echtnamen. Und die meisten versuchen natürlich auch diese Nicknames auf mehreren Plattformen zu nutzen. Die Menschen sind ja jetzt nicht nur auf einer Plattform, sondern oft auf anderen Plattformen und wollen natürlich von ihren Bekannten oder von ihren Followern oder wie man es auch immer nennen möchte, wiedergefunden werden. Das heißt, man versucht auch diese Nicknames auf unterschiedlichen Plattformen zu nutzen. In der gleichen oder in einer ähnlichen Variante. Bei Chinho zum Beispiel gibt es halt auch noch jemand anderes, der diese Idee hatte. Wie ich inzwischen festgestellt hatte, sodass ich mich nicht auf allen Plattformen Bechino nennen konnte. Ja, dann kommt halt Bechino YouTube raus oder Bechino on YouTube. Das ist natürlich der Hinweis, dass es sich um denselben Account handeln könnte. Aber er ist vielleicht nicht in der gleichen Schreibweise überall zu finden. Und natürlich gibt es auch hier im Netz wieder ganz viele Seiten, die einem dabei helfen, zu suchen, ob ein Nickname noch woanders verwendet wurde. Zum Beispiel IntelligentsX bietet hier an, dass man einen Nickname bei ganz vielen unterschiedlichen Diensten suchen kann. Gravatar ist zum Beispiel sehr interessant. Dort hinterlegen Leute ihre Avatare, die sie dann auf unterschiedlichen Plattformen als Bild verwenden wollen, sodass man auch darüber Bezüge zwischen Accounts herstellen kann. What's My Name, auch eine sehr schöne Geschichte, die einen sehr breiten Ansatz hat. Die hat zum Beispiel hier jetzt einen Twitter-Account gefunden. Und ich kann meine Ergebnisse aber auch halt als Excel-Datei, als CSV-Datei, als PDF oder so speichern. Und ich habe hier auch noch Links zum Wayback-Archiv und Ähnliches, wo ich dann Sachen finden kann. Also eine sehr schöne Plattform. Auch Gnoem ist recht populär. Auch da kann ich auf zig Webseiten suchen lassen, ob es einen Nickname schon gibt. Namecheck, User Namechecker. Und da werdet ihr im Netz noch ganz viele andere finden, die genau den gleichen Dienst anbieten. Ich gebe einen Username ein. Und es wird dann geguckt, ob dieser Username auf den Seiten vergeben ist. Ja, das war ein kleiner Überblick zu Möglichkeiten der Auswertung von Usernamen. Macht's gut. Ciao, ciao.